Herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Heute gibt es die zweite Folge unseres Podcasts zum Jahreswechsel mit persönlichen Einschätzungen zu bemerkenswerten Themen und Diskussionen 2019, in der Berufsbildung und in der Hochschulbildung, in der Erwachsenenbildung und zum Thema künstliche Intelligenz und Bildung. Der Meister als Bachelor. Die Umbenennung beruflicher Fortbildungsabschlüsse beherrschte 2019 Teile der bildungspolitischen Diskussionen. Befürworter fanden es gut, dass die neuen Berufsbezeichnungen auf die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung hinweisen. Bei Vertretern von Hochschulen stieß das Ansinnen auf Widerstand. Renate Tilgner, die beim deutschen Bildungsserver sowohl die Berufsbildung als auch die Hochschulbildung betreut, bringt ein wenig Ordnung in die Debatte. Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung war ein Schlagwort der letzten Jahre. Stichworte duales Studium, Studium ohne Abitur oder die Anrechnung von Qualifikationen. Eine begriffliche Annäherung soll die geplante Angleichung von Abschlussbezeichnungen bringen. Bachelor und Master nicht nur für Hochschulabsolventen, sondern mit dem Zusatz Professional auch für Absolventen beruflicher Fortbildungen. Im Frühjahr brachte Bildungsministerin Anja Karliczek die geplante Neuerung mit anderen mit einer Novelle des Berufsbildungsgesetzes auf den Weg. Doch in den Monaten darauf wurde die Gesetzesnovelle zum Politikum. Erst im zweiten Anlauf entschied der Bundesrat am 29. November. Der Meister wird künftig auch Bachelor Professional heißen. Worum geht es genau? Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist Voraussetzung für eine Aufstiegsfortbildung. Mit ihr erreicht man einen Abschluss der höheren beruflichen Bildung, also einen Fortbildungsabschluss. Als Meister, staatlich geprüfter Techniker, Fachwirt und ähnlichem. Die Novelle sieht vor, die Bezeichnungen der betreffenden Abschlüsse zu vereinheitlichen. So soll es den geprüften Berufsspezialisten, den Bachelor Professional und den Master Professional geben. Diese ordnen sich in die drei bestehenden Fortbildungsebenen ein, unter denen derzeit zahlreiche Abschlüsse verschiedener Branchen versammelt sind. Der Meister wird dabei nicht abgeschafft, er wird dem Bachelor Professional zugeordnet. Befürworter halten die neuen Abschlussbezeichnungen für international anschlussfähig. Sie sollen auf die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung hinweisen. Bei Vertretern von Hochschulen stößt das Ansinnen auf Widerstand. Sie lehnen es ab, berufliche Abschlüsse mit bislang akademischen Titeln zu versehen. Denn Bachelor- und Masterabschlüsse stehen europaweit für Abschlüsse an Hochschulen. Sie wurden im Zuge des Bologna-Prozesses auch in Deutschland eingeführt. Die Gegner der Gesetzesnovelle befürchten Verwechslungsgefahr, besonders im inner- und außereuropäischen Ausland, mangelnde Transparenz und letztlich einen Schaden für die Hochschulbildung und die Berufsbildung. Im Vorfeld konnte keine Einigung erzielt werden. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag und der Zentralverband des Deutschen Handwerks befürworteten die Novelle. Die Hochschulrektorenkonferenz und die Kultusministerkonferenz sowie einige Länderministerien sprachen sich dagegen aus. Nun tritt das Gesetz zum 1. Januar 2020 in Kraft. Hintergrundinformationen finden Sie beim Deutschen Bildungsserver unter Berufsbildungsgesetz 2020. Was haben der 100. Geburtstag der Volkshochschulen, die Ergebnisse der Leo-Studie 2018 und die Diskussion um eine nationale Weiterbildungsstrategie gemeinsam? Doris Hirschmann erklärt die Details und stellt Themen der Erwachsenen und Weiterbildung vor, die ihr persönlich 2019 am wichtigsten waren. Das Jahr 2019 war in der Weiterbildung ein ereignisseiches Jahr und stand im Zeichen von Wissen teilen. Den Anfang machten die Volkshochschulen. Vor 100 Jahren wurden die meisten der heute noch bestehenden Volkshochschulen gegründet. So gilt das Jahr 1919 als das Geburtsjahr der Volkshochschule und vor allem auch der Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung. Daher feierten die Volkshochschulen in Deutschland dieses Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum unter dem Motto Wissen teilen mit einem Festakt in der Paulskirche und vielfältigen Veranstaltungen in der langen Nacht der Weiterbildung. Um Wissen teilen zu können, sind Lese- und Schreibkompetenzen eine wichtige Voraussetzung. In diesem Bereich haben sich die Dinge zum Besseren entwickelt. Auf der Alpha-Dekade-Konferenz 2019 wurden die Ergebnisse in der Leo-Studie 2018 präsentiert. Diese zweite, sogenannte Level-1-Studie erfasste die Lese- und Schreibkompetenzen der deutsch sprechenden Erwachsenenbevölkerung zwischen 18 und 64 Jahren. Ein Ergebnis der Studie besagt, dass derzeit rund 6,2 Millionen deutsch sprechende Erwachsene nicht ausreichend lesen und schreiben können. Bei der ersten Studie im Jahr 2010 waren es noch etwa 7,5 Millionen. Trotz dieser guten Entwicklung besteht in diesem Feld weiterhin Handlungsbedarf und das Thema Lese- und Schreibkompetenzen ist deshalb auch ein Bestandteil der nationalen Weiterbildungsstrategie, die ebenfalls 2019 in Form eines Strategiepapiers veröffentlicht wurde. Unter dem Titel Wissen teilen, Zukunft gestalten, zusammenwachsen wurde das Strategiepapier von Bundesbildungsministerin Dr. Anja Karliczek im Juni vorgestellt. Bund, Länder, Sozialpartner und die Bundesagentur für Arbeit haben in dem Papier zehn Handlungsziele beschrieben und Vorschläge unterbreitet, wie diese Ziele erreicht werden könnten. Der Schwerpunkt des Papiers liegt auf der beruflichen Weiterbildung. Das ist einerseits verständlich, dass sich durch die Digitalisierung Berufsbilder und Qualifikationsprofile sehr stark verändern und dieser Wandel durch eine strategisch neu ausgerichtete Weiterbildung bewältigt werden soll. Andererseits wird der Schwerpunkt zu Recht auch viel kritisiert. Allgemeine und politische Weiterbildung fehlt bislang in der nationalen Weiterbildungsstrategie. Sie könnte aber Menschen befähigen, den derzeitigen Strukturwandel individuell zu bewältigen oder sich an gesellschaftlichen Diskussionen zum Klimawandel oder zu Radikalismus zu beteiligen. Das heißt, eine Weiterbildung, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht und damit über die Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt hinausgeht, hat bislang noch keinen richtigen Platz in der nationalen Weiterbildungsstrategie. Die Diskussionen hierzu sind aber noch nicht abgeschlossen. Man kann gespannt sein, wie die Debatte um die nationale Weiterbildungsstrategie und vor allem um ihre Umsetzung im nächsten Jahr weitergehen wird. Erste Ideen sind bereits in der Entwicklung und wir werden beim Deutschen Bildungsserver dazu informieren, wenn konkrete Schritte anstehen. Ich, Christine Schumann, bin gespannt, wie künstliche Intelligenz weiterhin Eingang in die Bildung finden wird. Es gibt schon viele Forschungsprojekte, die untersuchen, wie KI-basierte Anwendungen Bildungsprozesse unterstützen oder vielleicht sogar verbessern können. Ich empfehle einen Blick in die Bildungsserver-Blog-Reihe zum Thema. Was ich 2019 besonders wichtig fand, das Thema künstliche Intelligenz und wie darauf basierende Anwendungen in der Bildung eingesetzt werden. Das war übrigens auch Thema einiger Experteninterviews, die ich für den Bildungsserver-Blog geführt habe. Die Gespräche mit den Fachleuten haben mir die Augen geöffnet, wo wir schon überall von KI umgeben sind und wie wir im Alltag von ihr profitieren, ohne dass wir uns wirklich darüber im Klaren wären. Automatische Sprach- und Bilderkennung, virtuelle Assistenz- und Empfehlungssysteme, Virtual Reality-Brillen und Navigationssysteme, Roboter in der Pflege oder als Vokabeltrainer, hinter all dem stecken Anwendungen der künstlichen Intelligenz. Klar, die Grenzen zwischen einfachen digitalen Anwendungen und denen, die auf KI-Verfahren basieren, sind fließend. Viele der neuesten Entwicklungen beruhen auf zum Teil 50 Jahre alten Ideen und Konzepten. Dass sie heute umgesetzt weiterentwickelt und perfektioniert werden, ist auf die Omnipräsenz von Computern und auf ihre überproportional gesteigerte Leistungsfähigkeit zurückzuführen. Und natürlich auf die Unmengen von Daten, die wir alle durch die tagtägliche Nutzung unserer Computer erzeugen. Daraus ist eine Infrastruktur entstanden, die es ermöglicht, dass KI in immer mehr Lebensbereichen Anwendungen findet. Auch in der Bildung, denn beim Lernen werden Computer künftig eine noch größere Rolle spielen. Auch in der Schule. Und die dabei entstehenden Daten werden zur Individualisierung und Optimierung von Lernprozessen eingesetzt. Denn Daten sind ja bekanntlich die Nahrung aller künstlichen Intelligenz. Damit Maschinen lernen, zu denken und zu entscheiden wie Menschen, müssen die Algorithmen mit Unmengen von Daten gefüttert werden. Wie wichtig Daten sind, zeigen viele Forschungsprojekte, die zurzeit vor allem rund um die Hochschulbildung zu entdecken sind. Da geht es um wissensbasierte Expertensysteme auf Basis von Studierendendaten einer fernen Universität. Sie sollen dabei unterstützen, Studieninhalte effizienter zu erarbeiten und sich selbst im Studium besser zu organisieren. Oder um Learning Analytics Ansätze. Hier werden Daten der Lernenden gesammelt, analysiert und nach Kriterien ausgewertet, die Hochschuldozentinnen und Dozenten dabei helfen können, Studierende individueller als bisher zu unterstützen. Im Falle von Trusted Learning Analytics werden Datenschutz- und Persönlichkeitsrechte gleich mitbedacht, weil Studierende von Anfang an eingebunden werden. Aber auch für Lehr- und Lernprozesse in der Schule wird bereits an KI-Anwendungen geforscht. Mit speziellen Anwendungen in E-Readern und eigens entwickelten Serious Games können Kinder spielerisch ihr Sprachvermögen und ihre Lesefähigkeit trainieren. Und selbst in der Lehrerbildung kann Künstliche Intelligenz Einzug halten. In Form von virtuellen Klassenzimmern, in denen Lehramtsstudierende virtuell reale Unterrichtsinterventionen üben können. Kurzum, ich habe gestaunt, wie viele greifbare Ansätze und Projekte es bereits gibt und wie viele im Laufe des Wissenschaftsjahres Künstliche Intelligenz noch dazugekommen sind. Wir wünschen allen einen erfolgreichen und spannenden Start in das neue Jahr 2020.